Sie sind auf der Suche nach einem erfahrenen Partner, der die fachgerechte Sanierung, Kontrolle und Reinigung Ihrer Rohrsysteme übernimmt? Dann sind Sie bei der Engels GmbH aus Salzkotten genau richtig. Egal ob in Hotels, Krankenhäusern oder Wohnungsbaugesellschaften, wir reinigen, kontrollieren und sanieren Fall- und Abwasserrohre bundesweit und ohne aufwendige Aufrissarbeiten. Mittels innovativer Rohrbeschichtungstechniken prüfen unsere Spezialisten den Zustand ihrer Rohrsysteme und stellen mögliche Verschmutzungen oder Schäden schnell fest und beseitigen diese direkt vor Ort. Damit keine umfangreichen Aufstemmarbeiten der Wände nötig sind und wir Ihnen minimale Gebäudeverschmutzung sowie krachfreie Sanierungsarbeiten gewährleisten können, beschichten wir mit neuster Sprühtechnik die Rohre inwendig. Dabei benutzen wir einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Kunststoff und verdichten so die Rohre dauerhaft von innen. Wir beraten Sie gerne umfassend zu unseren schonenden Rohrsanierungsmethoden auf Wunsch direkt bei Ihnen vor Ort. Überzeugen Sie sich selbst! Das Team der Engels GmbH freut sich auf Ihren Auftrag.